Ich glaube ja, es war noch nie so einfach an einem Spieltag eine erfolgreiche Truppe auf dem Platz zu zaubern, wie an diesem Wochenende. Wir haben einige Match-Ups, die Miss-Matches sind. Klare Favoriten am Wochenende starten wir rein in den All-Its-On-Championship. Die Show, die sich rund um die Competition dreht, wo zum ersten Mal so der Kick-Base-Meister 2021-2022 gekürt wird und Kick-Base flatsch ein Auto raushaut, Freunde. Ab geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Janni von Kick-Base und wir schauen uns heute zusammen den zwölften Spiel daran. Der spielt dann nach der Länderspielpause. Jupp, endlich, Länderspielpause ist vorbei. War eine harte Zeit für alle Kick-Base-Manager und deswegen umso geiler, jetzt wieder reinzustarten. Und vor allem das hier, wenn wir zur Seite schauen, ist meine Championship-Platzierung. Ich glaube, 2000 ist da momentan von fast 40.000 Managern, die schon in der Competition teilnehmen. Sollst du nicht dabei sein, rein da. Link gibt es unten in den Shownotes. Oder jetzt einfach mal in die App schauen. Auch da findest du direkt einen Link in die Championship. Und dein Weg zum Auto könnte einen Schritt mehr gemacht worden sein an diesem Wochenende. Viel Spaß. Ja, und das ist er. Der zwölfte Spieltag. Er steht an und ich habe es vor dem Intro schon mal gesagt, ich sehe einige Mismatches an diesem Wochenende. Ob es die Augsburger sind, die erwartungsmäßig von den Bayern eventuell überrümpelt werden könnten am Freitagabend schon. Und ihr natürlich diesen Mega-Vorteil habt. Aufstellung einsehen. Ein Tolisso könnte in der Startelf stehen. Wir haben aber noch bei den Bayern. Wir haben eine zweite Reihe in der Bayern. Ein Omar Richards. Davies von der Lashby-Pause spät zurück. Ein Janzu könnte eine Überraschung sein. Kimmich stand jetzt. Wissen wir noch nicht, wie die Lage bei seiner Kontaktperson ist. Ob sie positiv ist oder negativ. Behörd auch ein Sabitzer. Oder ein Tolisso könnten wieder reingeschmissen werden. Coman fällt aus. Was ist mit Musiala? Bekommt er seine Chance von Anfang an? Das alles könnt ihr morgen einsehen und Nutznießer sein von einer Überraschung in der Bayern Startelf in der Championship. Und auch am Samstag Mismatches, wo das Auge hinguckt. Ich sehe schon die Wolfsburger gegen Bielefeld. Für mich ganz klar Favorit. Der VfL Wolfsburg mit Kohfeldt. Bielefeld für mich immer noch eine Mannschaft, die mit Glück in Stuttgart gewonnen hat. Gegen eine enorm geschwächte Stuttgarter Truppe. Die jetzt auch wieder anders aussehen wird an diesem Wochenende mit dem Kämpfen mit Mafropanos. Tiski Hoffenheim gegen Leipzig. Auch da sehe ich Hoffenheim als klaren Außenseiter. Vor allem Kramaric. Großes Fragezeichen der Kramaric. Hoffenheim ohne Kramaric. So gegen Leipzig. Sehe ich auch. Ein Leipziger Auswärtssieg. Dann das Mismatch schlechthin. Gladbach gegen Fürth. Und da ist eine Chance, meine Damen und Herren. Wir haben ja heute Abend als Players to Watch auch dabei. Flo Neuhaus können zurück sein. Es gab Gespräche laut PK zwischen Hütter und Flo Neuhaus. Wie die gelaufen sind, tippe mal gut. Das klingt relativ optimistisch. Er hat nichts gesagt Richtung Startelf. Aber ich gehe einfach mal von keiner Systemumstellung aus. Ich denke weiterhin Dreierkette, wenn Benze Baini fit sein sollte. Benze Baini, Zakaria, Ginter. Die restlichen drei Verteidiger eigentlich so. Alle drei, die Innenverteidiger spielen können, machen das nun mal. Und dann sehe ich Flo Neuhaus Comeback an diesem Wochenende. Also sehr interessant, was ist der Wert? Er hat 19,3 Millionen, 19 Millionen in der Championship. Das macht schon sehr viel Sinn an diesem Wochenende. Und vorne Thurampleyer mit jeder Menge Torabschlüssen gegen die Fürther. Und dann zwei weitere Missmatches. Dortmund, Stuttgart, Heimsieg, Leverkusen, Bochum, Heimsieg. Vor allem Bochum auswärts schwach. Man muss echt sagen, die Bochum hat daheim immer wieder eine Variante für Kickbase 11, dass man da mal in Bochum mal reinzaubert auswärts gegen Leverkusen. Und dann sehe ich da doch schwarz. Und am Sonntag sowie auch am Samstagabend habe ich ein bisschen Muffensausen. Eigentlich müsste man ja sagen, Freiburg, Frankfurt, das ist ein Duell, was die Preisskauer gewinnen sollten. Haben wir jetzt gegen Bayern die erste Saison-Niederlage einchecken müssen. Auch wenn es knapp war und vielleicht auch nicht ganz verdient. Aber gegen Frankfurt, ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht könnt ihr auch mal sagen, liebe Manager, was glaubt ihr, macht die Freiburger genau da weiter, wo sie aufgehört haben im Grunde genommen? Frankfurt, ja eigentlich auch die Qualität. So vor der Saison jetzt gesagt, Frankfurt, Freiburg. Frankfurt vielleicht so auf 5, 6, Freiburg 7, 8, 9. Jetzt sieht das Ding vielleicht anders aus, so ein bisschen. Glaubt ihr, Freiburg macht da kurz einen Prozess? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Werd auf jeden Fall eventuell auch ein, zwei Freiburger aufstellen, weil mein Tendenz eventuell auch dahin gehen würde. Ja und die Freiburger haben ja auch immer noch relativ günstige Startelf-Spieler dabei. Also Flecken für mich immer noch, obwohl er 12, über 12 Millionen kostet momentan schon. Einer der besten Kick-Base-Torhüter. Gulde könnte in der Startelf stehen, bei Schlotterbeck muss da der morgige Tag abgewartet werden, wie es mit dem Abschlusstraining aussieht oder mit dem Training morgen. Abschlusstraining ist ja erst an Samstag dann. Aber auch ein Eggestein ist relativ solide. Ein Höhler trifft, ach der ist schon 18 Millionen. Ja, das hat er sich halt auch verdient, die 18 Millionen. Finde ich eventuell ein bisschen viel für die Championship, aber mal sehen. So und heute machen wir es mal ein bisschen anders. Ich gehe mal von unten nach oben durch. Ich habe meine 11 schon aufgestellt. Ihr seht es schon, die ersten vier Spieler hier beginnen wir im Sturm. Ich habe heute echt mal, ich habe wirklich mal von, normalerweise stelle ich immer erst Torhüter, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Stürme auf. Ich bin einfach mal von oben runtergegangen und gesagt, okay, welche will ich auf jeden Fall drin haben an diesem Wochenende. Welche drei will ich drin haben vorne? Da habe ich mich extra für ein 3-4-3 entschieden, um vorne sieben Offensivspieler zu haben. Die minimalste Anzahl an Verteidigern nur nötig. Das ist meiner Meinung nach in der Championship eigentlich ein ganz geiler Ansatz, um einfach die Spieler vorne drin zu haben. Wenn sie ausrasten, hast du sie. Wie unwahrscheinlich ist es, dass ein Innenverteidiger komplett ausrastet? Dass er wahrscheinlich mal, dass ein Lukas ein Mescher gegen Bielefeld, dass ein Alessand Plea gegen Greuther Fürth, dass ein Lewandowski gegen Augsburg, der hat seine 40. Bude gegen Augsburg gemacht letzte Woche. Der 41. war es letztes Jahr, 41 hat er sogar gemacht. Freunde, das sind die Spieler, die richtig explodieren könnten an diesem Wochenende. Deswegen ein Mescher, Plea, Lewandowski bei mir vorne drin. Vier Leute im Mittelfeld, auch hier wieder Matchup basiert. Dortmund, Daheim gegen Stuttgart. Deswegen Julian Brandt, Marco Reus. Gladbach daheim gegen Fürth. Deswegen Jonas Hofmann, Andrich. Wall noch relativ preiswert und gesetzt bei den Leverkusenern. Und für mich Leverkusen ganz klar Favorit gegen die Bochumer. Und ich muss nur sagen, es gibt noch ein kleines Risiko, das wird es eventuell nicht zockt. Eventuell ein Schick auch nicht von Anfang an. Bedeutet, die Sechser müssen vielleicht ein bisschen mehr machen. Die kriegen ein bisschen was zu tun auch gegen die Bochumer. Finde ich ganz geil. Hat mir gegen Union Berlin sehr gut gefallen. Der Kollege, deswegen Robert Andrich für mich. Wenn wir hochscrollen, sehen wir doch zwei Freiburger. Ich habe mich für die Freiburger entschieden. Grund 1, Frankfurter Abschlussschwäche die letzten Wochen. Und Grund 2, Frankfurts Schwäche, sich überhaupt Torchancen zu erarbeiten. Wäre für mich ein Indiz dafür, dass die Verteidiger viel geklärt bekommen. Vor allem diese unsauberen Ballbesitzanteile. Also ein Borre verarbeitet den Ball extrem schlecht in den letzten Wochen. Auch so ein Kostic lässt ihn mal zu weit springen. Und das ist ja auch so die Gulde-Kübler-Seite. Die Kostic-Seite. Die wird viel zu tun bekommen. Und klar geht das Risiko ein, dass da eventuell auch viele Zweikämpfe verloren gehen. Aber ich glaube, Gulde wird ordentlich angelaufen am Wochenende. Genauso wie Kübler. Kübler habe ich mir jetzt nicht aufgestellt, weil ich einfach noch ein bisschen mehr Kapital vorne hatte. Aber Gulde-Flecken für mich eine Kombi. Wenn zu Null, dann Ausrasterpotenzial. Meunier, relativ günstig noch. Dortmunder Startelf-Spieler. Matchup gegen Stuttgart. Und Benzebaini, Elferschützer, Fürth. Startelf-Spieler, was weiß ich, Captain Kugel. 14,4 Millionen, noch viel zu günstig für den. Ja, und das ist sie. Meine Elf für den 12. Spieltag. Haut gerne mal in die Kommentare, welche Fragen ihr noch habt. Duelle. Ich kann mich entscheiden zwischen dem und dem. Haut sie gerne mal rein. Lasst uns gemeinsam diskutieren. Sonst war es das an dieser Stelle. All-Ice-Championship. Heute kurz und knackig vom 12. Spieltag. Haut ordentlich rein. Genießt das Wochenende. Macht's gut.